Hallo und herzlich willkommen zu unserer 16. Episode. Heute ist Donnerstag, der 9. April 2020. Weil wir beide sehr neugierig sind, stellt einer von uns dem anderen am Ende jeder Episode eine Frage, die derjenige dann in der nächsten Folge beantworten darf. Und das machen wir immer abwechselnd. In der letzten Folge durfte ich dir eine Frage beantworten. Weißt du noch, um was es ging? Ja, du hast mir erklärt, wie die Börse funktioniert. Und ich habe ein paar Mal an dich respektive an unsere Episode denken müssen, weil es jetzt auch im Zuge der C-Krise ja auch immer wieder um die Anleger geht im Radio. Und dass der Anleger besorgt ist. Wer ist denn das, dieser Anleger? Da wird immer so verallgemeinert. Personifiziert der Anleger. Ja, und da habe ich dann das gelernt, was ich gehört habe in der Episode. Ich habe auch behalten, dass es auf diesen Vorstands-Vollversammlungen leckere Häbchen gibt. Ja. Und da fällt mir gerade spontan ein, dass es in der Logbuch-Netzpolitik-Folge 337, die Häuser denen, die darin Sachen verkaufen, auch um die Börse geht und um die Auswirkungen der aktuellen Krise. Und da musste ich auch sehr an unsere Folge denken. Die haben dort einen echten Experten, nicht jemanden, der so wie ich alles nur angelesen hat. Zu gefährlichem Halbwissen unterwegs ist wie wir. Und der spricht halt auch darüber, was bedeutet es, wenn Werte vernichtet werden und Anleger Vertrauen verlieren, was das konkret bedeutet. Und so fand ich eine sehr spannende Folge. Kann ich allen unseren Hörerinnen und Hörern nur empfehlen, da mal reinzuhören. LMP 337. Genau. Schon notiert. Ja, also das war die letzte Folge. Aber folgerichtig bist jetzt du an der Reihe, meine Frage vom Ende der letzten Woche zu beantworten. Und ich habe dich gefragt, wie funktioniert eigentlich ein Wasserwerk? Genau. Nachdem wir ja am Ende der letzten Episode schon geklärt haben, dass es nicht um ein Wasserwerk, um ein Wasserkraftwerk gehen soll, habe ich mich tatsächlich mit dem Wasserwerk beschäftigen dürfen. Und ich meine, du kennst das ja. Ich meine, es ist, glaube ich, bei jeder, bei nahezu jeder Recherche ist das gleich. Du fängst irgendwie an und denkst, ja, was kann da schon, was soll da schon, was ist da schon groß dabei? Und spätestens nach der zweiten Wikipedia-Seite denkst du dir um Gottes Willen, wo höre ich da jetzt auf? Wo höre ich da auf zu recherchieren? Und so ähnlich ging es mir jetzt auch wieder. Und wie so oft, glaube ich, sollten wir mit einer Begriffsdefinition anfangen, die ich mir da rausgesucht habe. Und was ein Wasserwerk eigentlich ist. Und ein Wasserwerk ist eben kein Werk zur Stromgewinnung, sondern eine Anlage zur Aufbereitung und Bereitstellung von Trinkwasser. Und demnach behandelt das Wasserwerk einen Teilbereich, einen von drei großen Teilbereichen des Themas Wasserversorgung. Also die Wasserversorgung ist quasi ein etwas weiter gefasstes Gebiet, das wir auch so ein bisschen streifen werden. Aber das Wasserwerk behandelt eigentlich nur einen Teil davon und zwar die Wasseraufbereitung dieses gesamten Versorgungsprozesses. Und der gesamte Versorgungsprozess umfasst nämlich die Gewinnung, die Aufbereitung und die Verteilung von Wasser. Und wir gucken uns heute aber vornehmlich, nicht ausschließlich, aber vornehmlich eben die Aufbereitung an. Okay. Ist denn dann in dieser Wasserverteilung, so ab Wasser, zählt es dann mit in die Aufbereitung? Nee, das gehört nicht zu dem Thema Wasserversorgung. Ah, okay. Genau. Ah ja, okay. Das ist dann die sozusagen Entsorgung. Genau. Okay. Und die Wasseraufbereitung, da gibt es auch eine Begriffsdefinition, was man darunter versteht, das ist eben eine zielgerichtete Veränderung der Wasserqualität. Und sie ist ein Teilgebiet der Verfahrenstechnik und umfasst im Wesentlichen zwei Gruppen der Behandlung, nämlich einmal das Entfernen von Stoffen aus dem Wasser und einmal das Ergänzen von Stoffen sowie Einstellen der Parameter von Wasser. Was das genau ist, das gucken wir uns noch an. Also Entfernen und Ergänzen, das merken wir uns jetzt einfach mal so. Erinnert mich schon, ich war jetzt vor kurzem aus so einer Hausbaumesse, um für so Wasserversorgungssysteme fürs Haus, um darüber mich zu informieren. Oh ja. Ich glaube, das wird noch ein bisschen relevant werden. Ja, du kannst dir, kommen wir vielleicht auch nochmal dazu, aber ich glaube, nahezu alles, was du in deinem Wasserwerk findest, kannst du dir in den Keller bauen, wenn du das möchtest, wenn du deinen Stadtwerken nicht vertraust. Das erscheint mir tatsächlich ein geschäftsträchtiges Gebiet zu sein, sowas zu verkaufen. Und natürlich wäre Deutschland nicht Deutschland, wenn es zum Thema Wasseraufbereitung nicht eine Verordnung geben würde. Und es gibt natürlich die deutsche Trinkwasserverordnung, die habe ich mir jetzt nicht im Detail durchgelesen. Ich möchte nur dem... Dass ihr nicht ein Heft nach Hause holt, ein kleines Rausheftchen. Nein, kein Schmuckes. Nein, ich habe sie verlinkt. Interessierte ZuhörerInnen können da gerne mal reinlesen. Ich habe, ich zitiere nur den Paragrafen Nummer eins der deutschen Trinkwasserverordnung, der besagt, dass der Zweck dieser Verordnung ist es, die menschliche Gesundheit vor den nachteiligen Einflüssen, die sich aus der Verunreinigung von Wasser ergeben, das für den menschlichen Gebrauch bestimmt ist, durch Gewährleistung seiner Genusstauglichkeit und Reinheit zu schützen. Das ist so der Sinn und Zweck. Da steht jede Menge Zeugs drin, was halt im Wasser drin sein darf und was nicht, um es mal so ganz allgemein zu fassen. Soviel zum Thema Begrifflichkeiten. Und natürlich können wir uns jetzt auch noch so ein bisschen die Geschichte angucken, der Wasserversorgung erstmal. Also so ein richtiges Wasserwerk, also mit so richtig toller, schnieker Wasseraufbereitung gab es natürlich früher nicht. Da ging es erstmal primär darum, das Wasser überhaupt erstmal zu den Leuten zu kriegen, ohne jetzt da großartige Hygienestandards oder gar irgendeine Trinkwasserverordnung einzuhalten, sondern die wollten halt erstmal eine dezentrale Wasserversorgung gewährleisten. Und ich meine, so die berühmtesten Beispiele kennt man ja sicher aus der Geschichte mit den Aquädukten im alten Rom und sowas. Das ist natürlich Leuchtfeuer in der Geschichte der Trinkwasserversorgung, klar. Und die kennt auch, glaube ich, nahezu jeder. Ich hätte da zuerst an so Brunnen und sowas gedacht. Das wäre meine erste intuitive Ja klar, wenn es um Wassergewinnung geht, klar gab es Brunnen, gab es hier Bach und Seen und was auch immer. Aber schon geht es schon so in Richtung Verteilung von Wasser. Und da gab es in der griechischen Stadt Pergamon, etwa 100 Kilometer nördlich des heutigen Izmir, in der Türkei entstand rund 200 Jahre vor Christus ein Wasserwerk, das die Bewohner mit Quell und Oberflächenwasser aus bis zu 40 Kilometern entfernten Zulüssen versorgt hat. Das war einer der Vorläufer. Ja. Und das war dann so ein Aquädukt? Nee, das habe ich wieder rausgenommen aus meinen Aufzeichnungen. Da gab es so einen Fachbegriff, wie das funktioniert hat. Das war so ein, jetzt hast du mich eiskalt erwischt. Okay. Das war so ein, ich weiß nicht, wie das Prinzip heißt quasi, dass der Wasserstand in so einer u-förmigen Röhre zum Beispiel auf beiden Seiten gleich hoch ist. Ja, ich kenne das Prinzip, ich weiß auch nicht. Da gibt es einen Fachausdruck, den habe ich rausgenommen, weil ich da nicht näher drauf eingehen wollte. Da stand da auch drin. Aber es waren quasi geschlossene Röhre. Weil Aquädukte sind ja, nee, die waren ja auch abgedeckt, die Aquädukte. Ja, aber es war ein anderes Prinzip. Ja. Aber wir machen jetzt, wir halten uns jetzt gar nicht so sehr in der Antike auf, weil es, wie gesagt, eigentlich in dem Zeitalter ging es hauptsächlich um die Versorgung und weniger um diesen hygienischen und aufbereitenden Charakter der Wasserversorgung, auf den wir uns ja eigentlich konzentrieren wollen. Also machen wir einen großen Sprung in das 19. Jahrhundert nach Deutschland, wo die erste zentrale öffentliche Wasserversorgung im heutigen Sinn errichtet wurde. Das war 1848. Und jetzt rate mal, in welcher deutschen Stadt. Deutschen Stadt? Ja. Okay. Ich hatte sogar jetzt überlegt, ob es Paris oder London oder... Nee, nee, das ist jetzt... Also wir sprechen jetzt von Deutschland. Ich will nicht gerade... Ich weiß, Freiburg hat diese kleinen Kanäle, die so berühmt sind. Die kenne ich jetzt nicht. Da könnte ich mir das vorstellen. Vielleicht verwechsel ich das auch. Es tut mir leid an alle Freiburgerinnen und Freiburger, falls es nicht stimmt. Kann sich jetzt nicht erraten. Ja, wenn du sagst, dann ist es auch nicht Berlin, ja, ich weiß es nicht. Nee, es ist Hamburg. Hamburg? Okay. Und die haben das halt so gemacht, die haben sich aus England hübsche Dampfpumpenmaschinen so mit 70 PS importiert. Und diese Wasserversorgung hieß die zentrale Stadtwasserkunst in Rotenburgsort. So heißt der Stadtteil da von Hamburg. Und da gab es eben zwei Dampfpumpenmaschinen. Die haben das gereinigte Elbwasser in einen 76 Meter hohen Wasserturm gepumpt. Und der hat halt neben Behältern Steigfallleitungen auch den Schornstein für die Abgase, der mit Kohle gefeuerten Dampfkessel umhüllt. Da gibt es auch ein Bild in den Shownotes von diesem Wasserturm oder von diesem Schornstein. Der steht noch. Und über 62 Kilometer Leitungen ist dann das Wasser auf die Dachböden von rund 4000 Stadthäusern gepumpt worden. Also das war ungefähr ein Drittel der vorhandenen Häuser. Und Sinn und Zweck ist klar. Man pumpt das Wasser hoch, damit man keine Energie mehr braucht, um den Druck auf die Leitungen zu kriegen. Das ist ein Prinzip, das man im Übrigen auch heute noch anwendet. Sieht man immer mal wieder in der Landschaft stehen. Und ich glaube sogar in den USA ist es üblich, dass viele Häuser eine eigene Zisterne auf dem Dach haben, halt um den Druck im Haus zu aufrechterhalten. Ja gut, bei uns jetzt hier gerade in Bayern ist es weniger ein Problem. Wir haben genügend Erhebungen und Hügel oder sowas, wo man das hochpumpen kann. Da brauchen wir jetzt keine Wassertürme, aber Wassertürme, früher zählten die noch häufiger zu den markanten Merkmalen einer Wasserversorgung, die man halt in der Gegend herumstehen sah. Gibt es auch heute noch. Also es ist jetzt nichts, was komplett verschwunden ist. Das hängt, wie du schon sagtest, eben ganz von den geografischen Gegebenheiten ab. Ob man überhaupt Gefälle zur Hand hat oder ob man sich Gefälle bauen muss, sozusagen. Berlin folgte 1855. Also das waren immerhin sieben Jahre später. Magdeburg 1859. Und die meisten weiteren Städte folgten dann in den 1860er und 1870er Jahren. In England wurde eine Wasserversorgung bereits in den 1840er Jahren eingerichtet. Und Wien erhielt zum Beispiel 1873 eine Hochquellenleitung aus dem Gebiet des Schneebergs. Und eine weitere zweite Leitung erfolgte dann irgendwie 1900 bis 1910. Das war doch ein Aquädukt steht da und eine Länge von 170 Kilometern. Das finde ich spannend, dass man so, das ist so ein Bereich, über den ich mir nie Gedanken gemacht habe, dass man ja in die Orte, wo viele Menschen sind, in die Städte, dass man da ja Wasser reinbringen muss und dass man quasi irgendwo sich eine Quelle von Wasser nimmt und das reinbringt. Natürlich kann man auch teilweise auf dem Stadtgebiet das Wasser auffangen, aber gerade wieder, jetzt sagst du ja in Wien, dass sie quasi in den Bergen Vorkommen an Wasser haben und das dann einfach in die Stadt leiten, mehr oder weniger. Also wir werden uns auch nochmal kurz, aber auch wirklich nur kurz mit dem Thema der Wassergewinnung beschäftigen. Da werden wir noch zwei, drei Gebiete streifen, wo oder wie halt Wasser gewonnen wird. Aber zur Geschichte noch ein bisschen. Also da ging es jetzt erstmal um die zentralisierte Wasserversorgung und die ersten Experimente im Bereich der Wasserfiltration, also wo es natürlich so in den Bereich der Aufbereitung geht, die gehen bereits auf das 17. Jahrhundert zurück. Ein gewisser Sir Francis Bacon hat da versucht, Meerwasser zu entsalzen, indem er es durch einen Sandfilter hat fließen lassen. Und obwohl sein Experiment nicht geglückt ist, hat das doch den Versuch markiert eben, also markierte sein Versuch den Beginn eines neuen Interessengebietes. Also dieser Filterung oder Wasserfiltration. Und dann gab es auch noch die Väter der Mikroskopie, die haben da auch ihren Teil dazu beigetragen, nämlich den Antoine van Leeuwenhoek und Robert Hoke. Die kenne ich jetzt beide nicht. Das klingt aber sehr niederländisch. Ja, und ich glaube, in der Folge, in unserer Folge zu den Teleskopen, ich weiß nicht, ob ich die namentlich erwähnt habe, aber quasi Teleskope und Mikroskope sind sehr eng miteinander verwandt, weil es halt so Linsensystem-Aufbauten sind. Und ich glaube, in dem Zusammenhang habe ich deren Namen auch schon gehört. Das kann gut sein. Ja, die haben halt ihr neu erfundenes Mikroskop quasi verwendet, um eben zum ersten Mal suspendierte Teilchen im Wasser zu beobachten. Also es hat halt maßgeblich auch zur Sensibilität dann auch beigetragen und haben eben dann den Grundstein für das Verständnis für durch Wasser übertragbare Krankheiten gelegt. Und um überhaupt, also ich weiß nicht, ob du dich mit der Medizingeschichte schon mal so am Rande beschäftigt hast, aber wenn man sich halt überlegt, also dass das ja auch erst mal ein Prozess war, bis der Mensch halt so Dinge wie Desinfektion verstanden hat oder die Notwendigkeit dieser Dinge, dann kann man sich ja vorstellen, dass die Notwendigkeit von Wasserfiltration ja auch ein ähnlicher Prozess war, bis man das mal verstanden hat. Ja. Und ja, das waren so die Urväter sozusagen, die halt dazu beigetragen haben, dass man sich überhaupt mal überlegt hat, dass man sich halt Wasser angucken konnte auf mikroskopischer Ebene und sich dann halt überlegt hat, okay, wie kann ich dann eventuell Dinge da rausfiltern, die ich da nicht haben will, wenn ich das trinken möchte. Jo, ich habe noch ein, zwei, ich habe eine Statistik dabei, da geht es um das Thema Pro-Kopf-Verbrauch, das finde ich auch immer ganz interessant, wenn es um das Thema Trinkwasser geht, bevor wir uns jetzt mit der ganzen trockenen Technik beschäftigen, hast du ungefähr eine Ahnung oder, ja, das ist eine fiese Frage, wie viel quasi pro Kopf in Deutschland durchschnittlich pro Tag verbraucht wurde vor 30 Jahren? Pro Tag vor 30 Jahren, Oha, da muss ich jetzt, da würde ich mal sagen, ich weiß, dass es, glaube ich, relativ viel war, weil diese ganzen Wassersparsysteme sind ja relativ neu, dass die oder dass die Modell geworden sind. Ich sage mal 250 Liter pro Kopf, pro Tag. Okay, das ist eine pessimistische Schätzung, also es waren 147, also knapp 150. Ich hätte fast 150 gesagt, aber ich dachte, das ist vielleicht heute die Schätzung. Nee, aber du warst schon einen richtigen Riecher eigentlich, die letzte Statistikzahl, die ich da gefunden habe, stammt aus dem Jahr 2018 und was denkst du, ist es jetzt weniger oder mehr geworden? Ich glaube, es ist jetzt weniger, vielleicht so 110? Ja, nicht so signifikant, aber so 127 sind es laut einer Zahl aus dem Jahr 2018. Und es gibt halt wasserwirtschaftliche Schätzungen, wie sich dieser Wasserverbrauch denn letztendlich verteilt. Und jetzt, was denkst du denn, wie viel von diesen 127 Litern der Mensch tatsächlich zum Trinken und Kochen verwendet? Das heißt ja Trinkwasser, ja. Ich würde mal schätzen, ja nicht mehr als 10 Liter am Tag. Also selbst wenn man jetzt irgendwie Pastatopf aufsetzt, wo dann, keine Ahnung, 2,5 Liter drin sind, die man dann am Ende wieder wegschüttet, aber die quasi ins Essen reingehen und so, plus das, was man trinkt, ist 10 Liter, glaube ich, noch ziemlich viel geschätzt. Das ist ja optimistisch. Das ist die Hälfte, nimm die Hälfte. Ja, 5 Liter oder so dann. Also das trifft jetzt zum Beispiel für mich oder für uns hier in der Haushalt schon mal definitiv nicht zu, weil wir Leitungswasser trinken. Ja, ich auch. Also definitiv. Also wir haben das mal eine Zeit lang gespudelt und das machen wir mittlerweile auch nicht mehr. Also wir trinken handelsüblich Leitungswasser und ich trinke schon 2 bis 3 Liter pro Tag und meine Fronin genauso. Also wir übertreffen diesen. Wir fallen jetzt nicht in diese Statistik. Ja. Und was denkst du denn, für was unser kostbares Trinkwasser denn am meisten, also für was am meisten Trinkwasser quasi benötigt wird? Ich glaube für Duschen oder Baden oder für die Klospülung. Und ich glaube, die Klospülung ist da sogar noch mehr, weil wir viele Leute täglich duschen oder so. Aber ich glaube auch jetzt mit diesen Wasserspar-Duschköpfen, dass es nicht mehr ganz so viel Wasser ist. Aber die Klospülung ist ja, glaube ich, ich glaube, da gibt es quasi auch Vorschriften, wie viel Wasser da durchgehen muss. Ja, aber die werden ja auch immer sparsamer. Da gibt es ja mittlerweile diesen Startstopp, also Startstopp hätte ich beinahe gesagt, aber diesen für das kleine Geschäft und für das große Geschäft Taste. Ja. Nee, es ist tatsächlich umgekehrt. Also 44 Liter zum Duschen, Baden und für die Körperpflege, 33 Liter für die Toilettenspülung, 15 Liter zum Wäsche waschen, 7 Liter zum Putzen und 7 Liter zum Geschirrspülen und nur 5 Liter eben zum Trinken und zum Kochen. Das finde ich schon krass. Also das Trinkwasser, wie der Name eben schon sagt, eigentlich ja etwas ist, das man bedenkenlos trinken kann, das so aufbereitet wurde mit, wie wir erfahren werden, einigermaßen technischem Aufwand. Und wir verwenden, ja, das meiste davon zum Duschen. Und ich würde jetzt, bin jetzt kein Experte auf diesem Gebiet, aber ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass dieser Aufwand, der da reingesteckt wird, rein zum Duschen, wahrscheinlich nicht notwendig wäre. Ja. Wobei man ja wahrscheinlich auch so, also gerade beim Duschen wäre ich noch eher, würde ich noch eher sagen, dass es sich lohnt, weil das schluckt man ja schon mal aus Versehen. Und wenn das jetzt zum Beispiel stärker belastet wäre mit Keim, weil man sagt, da ist es jetzt nicht so dramatisch, wäre das da, glaube ich, kritischer. Ich hätte eher gesagt Klospülung und gerade so Waschmaschinen, also dass man sagt, man hat Waschmaschinen, Wasserspülung. Ja, da gibt es ja auch, ich weiß nicht, ob du das System kennst, aber wenn du jetzt Eigenheimbesitzer bist zum Beispiel, es gibt ja auch Systeme, wo halt Regenwasser aufgefangen wird und nur grob gefiltert, um eben für die Toilettenspülung beispielsweise zu verwenden. Ja. Das kenne ich ja, habe ich auch schon gesehen. Macht ja auch Sinn, ja, weil das fasst kein Mensch an das Wasser. Aber ich glaube, das Hauptproblem ist da einfach, dass man dann einen zusätzlichen Leitungsstrang sich im Haus reinziehen muss. Ja, das hängt halt immer davon ab, wie viel du halt in die Ökologie deines Haushalts investieren möchtest. Aber ja. Ja gut, kommen wir von diesen statistischen Zahlen zur Technik. Es sei denn, du möchtest irgendwas wissen, was ich nicht recherchiert habe und der wahrscheinlich sowieso nicht beantworten kann. Nee, nee, ich glaube nicht. Ich glaube, diese Verbrauchszahlen hat es schon ganz gut abgedeckt. Ich weiß nur, dass ich irgendwo mal gehört habe, dass es mitunter sogar ein Problem ist, eben nicht in der Wasseraufbereitung, sondern in der Abwasser, wie gesagt, ist nicht die Versorgung, sondern die Kapazitäten fürs Abwasser, dass zumindest in Berlin und in anderen Großstädten die Kanalisationen für größere Wassermengen eigentlich ausgelegt sind und dass dieser Trend zum Wassersparen entgegen dem planerischen Vorausschauen in der Kanalisationsplanung gelaufen ist, sodass es Kanalisationen gibt, die halt nicht, also die oft trocken laufen oder nicht so nass, also nicht so viel Wasser laufen, wie sie laufen müssten, weswegen man die zusätzlich reinigen muss, weil man halt eigentlich, wenn man weiterhin eben die über knapp 150 Liter oder sowas verwendet hätte, dann spült es quasi alles durch. Da wir weniger Wasser verbrauchen, wird es nicht ganz so gut durchgespült und dann müssen da quasi händisch Leute durch und das sauber machen. Also wir werden uns jetzt ja mit der Wasseraufbereitung ein bisschen beschäftigen, aber natürlich ist es klar, dass es schon förderlich ist, wenn das Wasser quasi von dem Zeitpunkt, wo es so akribisch gereinigt und aufbereitet wird, bis es aus deinem Wasser ankommt, in Bewegung bleibt. Also das ist durchaus Teil des Konzepts, dass das Wasser halt nicht ewig in irgendwelchen Leitungen vergammelt oder in irgendwelchen Speichern rumliegt, bis es dann verbraucht wird, weil halt durch die Nichtbewegung sich ja wieder Dinge ins Wasser diffundieren können aus der Umgebung von den Rohren oder von den Wänden eines Speichers oder sonstigem. Das will man hier vermeiden. Also es ist immer gut, wenn das Wasser in Bewegung bleibt oder möglichst schnell halt verbraucht wird. Aber ich greife etwas vor. Ja. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass in technischer Hinsicht eben die Wasserversorgung insgesamt aus dem Bau und dem Betrieb von Anlagen besteht, die zur Gewinnung, zur Aufbreitung und zur Wasserverteilung dienen und die Gewinnung eben von sogenanntem Rohwasser. Das ist auch ein Begriff, den ich jetzt gelernt habe und das Rohwasser kommt zum Beispiel eben aus Brunnen, eben aus unser Grundwasser. Es kann aber auch Quellwasser sein, Oberflächenwasser aus Seen, Flüssen oder Teichen oder eben auch beim Auffangen von Regenwasser in Zisternen. Das sind so die gängigsten Verfahren, wie das sogenannte Rohwasser gewonnen wird. Das klingt jetzt irgendwie so, als würde man das irgendwie auf einen Schmiede, also müsste man das nicht mehr zurecht schmieden. Für mich klingt das so, ich denke eher an rohe Eier oder sowas. Klingt das so, als wäre das ein organisches, rohes Produkt, was eigentlich noch gekocht werden muss und vorher noch nicht in Ordnung ist. Ja, das trifft es eigentlich ganz gut, wenn man sich dann anguckt, was man da alles mitmacht. Dann ist halt ein Teil eben die Aufbreitung dieses gewonnenen Rohwassers zu Trink- oder Brauchwasser. Den Bereich werden wir uns etwas intensiver angucken und dann eben die Wasserverteilung. Dazu zählen dieses ganze Leitungsnetz, eventuell Zwischenspeicher, Hochbehälter, Pumpstationen, Druckerhöhungsanlagen etc. Ich glaube, dass man alleine zu dem Thema Gewinnung und zum Thema Wasserverteilung jeweils eine Episode unseres Podcasts füllen könnte. Ohne Probleme. Deswegen habe ich mich da jetzt gar nicht erst, habe ich beschlossen, das jetzt einfach mal wegzulassen, weil es, wenn man es ganz genau nimmt, jetzt auch um das Thema Wasserwerke, geht es halt auch um die Aufbereitung. Und das Wasserwerk endet im Prinzip halt, das pumpt es vielleicht noch in irgendeinem Zwischenspeicher und dann hört es an der Stelle einfach auf. Nichtsdestotrotz gibt es Links in den Shownotes zu diesen Themen und da kann man sich gerne noch weiter einlesen, wenn man den Weg quasi zur Aufbereitung und von der Aufbereitung in den Wasserhahn noch weiterverfolgen möchte. Nichtsdestotrotz ist es natürlich schon interessant, wie das Wasser denn jetzt in so ein Wasserwerk kommt. Also so ein bisschen was möchte ich schon dazu erzählen, wie das Wasser denn gewonnen wird. Und eins habe ich bisher schon angesprochen, dass die verschiedenen Methoden und ich glaube, die bekannteste ist natürlich unser Grundwasser, das eben überwiegend aus Brunnen gewonnen wird oder aus natürlichen Quellen. Und das ist eben je nach Art der Bodenschichten, aus denen es gefördert wird, man mehr oder weniger belastet durch irgendwelche gelösten Eisen- oder Manganverbindungen oder durch höheren Gehalten an freiem Kohlenstoffdioxid. Und dann können auch natürlich organische Verbindungen da drin sein. Je nachdem, wo man halt das Wasser rauszieht, aus welchen Regionen. Das fand ich auch sehr erstaunlich auch bei meinen Recherchen, dass es die Art und Weise, wie das Wasser aufbereitet wird, welche Aufwand betrieben wird, welche Mechaniken und welche Techniken verwendet werden, sich halt maßgeblich daran orientiert, wie die Qualität des Wassers ist und wo du es herkriegst. Weißt du, wie das mit dem Grundwasser funktioniert hat? War das Teil von den Recherchen? Also ich kenne zwar den Begriff Grundwasser, aber ich stelle mir so vor, dass da so eine Blase aus Wasser irgendwo, keine Ahnung, in 100 Metern Tiefe ist. Ja, so ist es auch. Okay, das ist also quasi wie so ein unterirdischer Fluss oder See oder irgendwas? Ja, und das ist wie ein Ölvorkommen, das man anbohrt mit dem Unterschied, dass sich halt Grundwasser regeneriert durch im Prinzip halt diffundierendes Oberflächenwasser, halt durch Regen, durch nahegelegene Seen oder Flüsse oder dergleichen. Und wird halt durch die Gesteins- und Erdschichten halt schon mal vorgefiltert und das rühst du da halt raus und machst halt das, was du damit machst. Okay, cool. Ja, dann gibt es halt auch die Gewinnung von Oberflächenwasser. Zum Beispiel auch bei Talsperren gibt es dann oft mal spezielle Auslässe in diesem Sperrbauwerk, also in der Talsperre selbst, die die Entnahme von Wasser zum Zwecke der Aufbereitung erlauben, auch aus tieferen Wasserschichten. Und das Problem bei Oberflächenwasser, das kannst du dir ja denken, ist, dass es halt verhältnismäßig, je nachdem jahreszeitbedingt, verhältnismäßig ungelöste Partikel und organische Verunreinigungen enthält, also im Vergleich zu Grundwasser, weil das halt schon in gewisser Weise vorgefiltert wird. Und deswegen, also durch die, ich sag mal, durch die ganzen gesetzlichen Vorschriften Trinkwasserverordnung ist jetzt der Anteil an Oberflächenwasser, den wir zur Trinkwasserversorgung verwenden, verhältnismäßig gering. Weil wahrscheinlich auch der Aufwand höher ist, den man betreiben muss. Und Deutschland ist ja, glaube ich, auch ganz gut versorgt mit Grundwasser. Das ist ja, die Qualität ist ja quasi sprichwörtlich, dass wir hier viel gutes Grundwasser haben und auch bestimmte Aufbereitungsschritte hier in Deutschland gar nicht nötig sind, die in anderen europäischen Ländern nötig sind. Also ich denke an so Sachen so, ich weiß, in Frankreich hatten wir manchmal im Urlaub Chlor im Wasser aus dem Wasserhahn. Und ich glaube, das ist in Deutschland nicht selten, also gar nicht vorhanden, aber die Ausnahme. Aber das ist für später wahrscheinlich. Es gibt auch noch Sickerwasser. Wobei, ja, der Unterschied zu Grundwasser, könnte man jetzt natürlich fragen, was ist ein Unterschied? Ich dachte, Grundwasser ist Sickerwasser. Ist es ja auch. Aber vor allem in den Bergen sammelt sich aufgrund von Wasser undurchlässigen Schichten eben oft Sickerwasser über dem eigentlichen Grundwasser an. Und das nennt man auch Schichtenwasser. Und es ist ja auch schon früh in den Hochebenen des antiken Irans in Stollen und Schächte gegraben worden, um so versickertes Niederschlagswasser aufzufangen. Und ja, das ist bei uns jetzt auch nicht so üblich. Und natürlich gibt es Niederschlagswasser. Da werden halt Becken gebaut und Zisternen, Regentonnen oder ähnliches. Tja, das hängt, wie gesagt, das ist jetzt auch ein bisschen regional abhängig oder auch, also in welchem Land man sich befindet, wie da halt Wasser gewonnen wird. Und ich sage jetzt mal, es gibt natürlich Länder und da erzähle ich ja nichts Neues, wo es jetzt nicht irgendwie so einmal pro Woche vom Himmel regnet, wo Wasser halt auch noch viel wertvoller ist und viel seltener als bei uns. Und da unterscheiden sich die Gewinnungsmethoden natürlich signifikant von unseren, wo man einfach nochmal kurz in die Erde bohren muss. Ganz so trivial ist es nicht, aber du weißt, was ich meine. Ja, und nachdem man das Wasser halt gewonnen hat, je nachdem, wo es halt herkommt, möchte man es aufbereiten. Und jetzt kommen wir eigentlich zum Kern des Ganzen, nämlich zu unserem schönen Wasserwerk. Und da gibt es halt verschiedenste Verfahren, wie man dieses Wasser aufbereiten kann, die ich jetzt einfach mal so kurz streife. Und weil das so verschiedene Verfahren sind und weil das eben so maßgeblich davon abhängt, wo du dein Wasser her beziehst beziehungsweise welche Qualität dieses Wasser eigentlich hat, habe ich mir halt ein Beispiel rausgepickt für so eine eher typische Aufbereitungsanlage, um das mal so ein bisschen durchzuspielen. Aber grundsätzlich, welche Verfahren gibt es? Es gibt natürlich so die ganz klassischen mechanischen Aufbereitungsverfahren. Das kennt jeder. Das ist ein Rechen, um irgendwas ganz Grobes rauszukriegen. Das sind halt Siebe und Filter, die halt mechanisch funktionieren. Dann gibt es eben physikalische Verfahren durch Belüftung, Verdüsung, Sedimentation, Flotation, Adsorption, Vakuumverfahren und thermische Einwirkungen. Beispielsweise abkochen ist eine thermische Einwirkung. Ja. Dann gibt es natürlich auch chemische Verfahren durch Oxidation, Desinfektion, Flockung, Entkarbonisierung, Ionen-Austausch und Elektroden-Ionisation. Auch da gehe ich nur auf ein, zwei von diesen Verfahren ein. Dann gibt es ein Membranverfahren, das ist also Nanofiltration und Osmose. Das heißt, es ist im Prinzip ein sehr, sehr feines Sieb. Wenn ich es mal vereinfacht ausdrücken möchte. Wie das dann quasi auf Molekülebene funktioniert. Das kenne ich dann aus dem Labor. Da hat man quasi dieses ultrareine Wasser, das funktioniert mit solchen Umkehrosmoseanlagen. Ja. Wo dann wirklich quasi nur noch H2O-Moleküle im Wasser sind und nichts anderes mehr. Keine Salze. Nichts mehr. Keine. Ja, das will man ja, aber da kommen wir noch dazu, das willst du ja nicht haben. Genau. Also du willst ja jetzt in puncto Trinkwasser. Ist es nicht so, dass so ultrareines Wasser sogar giftig ist, also schädlich ist? In größeren Mengen. Also wenn, und vor allem, wenn man das halt pur trinkt. Also man kann sich mit destilliertem Wasser einen Tee kochen, weil man dann quasi durch den Tee wieder Stoffe hinzufügt. Das ist dann nicht so schlimm. Und auch mal ein Glas trinken ist jetzt nicht schlimm. Würde man aber quasi ausschließlich ultrafiltriertes oder Umkehrosmose Wasser trinken, dann ist das glaube ich schädlich für den Körper, weil man dann eben immer mehr Mineralien ausschwemmt. Aber das schaffst du nicht in einem Tag. Aber wenn du jetzt irgendwie auf einmal deinen Leitungen nicht mehr vertraust und fängst an, destilliertes Wasser in der Drogerie zu kaufen und nur noch das zu trinken, dann wird es dir über einen längeren Zeitraum auf jeden Fall nicht gut bekommen. Okay. Im Übrigen möchte ich jetzt nicht unerwenden lassen, dass diese Verfahren der Wasseraufbereitung jetzt nicht explizit quasi der Trinkwasser oder der Rohwasseraufbereitung vorenthalten sind, sondern natürlich auch der Abwasseraufbereitung. Ja, also das sind durchaus Verfahren, also gerade so etwas wie ein Rechen. Das wird man jetzt wahrscheinlich bei der Trinkwasseraufbereitung nicht erwarten, weil, also ich persönlich würde jetzt nicht erwarten, dass da irgendwelche so groben Teile aus meinem Wasser gefischt werden müssen. Es sei denn, es ist das Abwasser. Da glaube ich, kennt man das schon, wenn man sich mal so eine Kläranlage anguckt. Und ich sage das deswegen, weil es nämlich noch ein Verfahren gibt, das ich noch nicht angesprochen habe, was nämlich die biologischen Verfahren zur Wasseraufbereitung sind. Also biochemische Oxidation, Schlammfaulung, belebt Schlammverfahren und anaerobe Abwasserreinigung. Und da hört man es eben schon am Begriff. Das sind Verfahren, die man wahrscheinlich nicht an Frohwasser anwenden wird, sondern vermutlich auf Abwasser. Ich habe mir mal so ein paar dieser ganzen speziellen Verfahren, die ich jetzt genannt habe, rausgepickt, eben anhand eines Beispiels oder für eine typische Aufbereitungsanlage für Oberflächenwasser als Rohwasser. Und das besteht halt tatsächlich, also bei Oberflächenwasser, habe ich ja gesagt, da ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwie gröbere Verunreinigungen enthalten sind höher als jetzt bei Grundwasser. Das macht das Ganze natürlich spannender, weil man mehr reinigen muss. Also im Sinne von, spannender im Sinne von Dinge, die es zu erklären gibt. Da wird halt in der Tat gegebenenfalls so ein Rechen eingesetzt oder ein Siebband oder eine Siebtrommel, um eben dann die erste Filterstufe da zu gewährleisten. Auch Zweischichtfilter und irgendwelche Granulate oder Sand oder sonstiges. Und was ich aber ganz interessant fand, zur Abtrennung von ungelösten Substanzen werden diese Filter verwendet und inklusive einer zusätzlichen Flockung für die Verbesserung der Reinigungswirkung der Filterstufe und einer Desinfektion des Reinwassers. Und das ist jetzt ein Thema, das war mir auch komplett neu, diese Flockung. und zwar geht es eigentlich darum, dass man halt sagt, okay, du hast jetzt ein Sieb und es gibt Dinge, die du gerne aus diesem Wasser raus hättest, die aber zu fein sind, um sie da rauszufiltern mit dem Filter, den du hast. Was machst du? Entweder du suchst dir einen feineren Filter und wie du dir halt denken kannst, ist der Nachteil von feineren Filtern eben der, dass feinere Filter auch schneller verschleißen, verstopfen, wieder gereinigt werden müssen, wahrscheinlich etwas wartungsintensiver sind, denke ich mir. Wie dem auch sei, jedenfalls gibt es natürlich Verfahren, wo man sagt, man kann feingelöste Stoffe quasi so beeinflussen, dass sie sich halt verkleben, dass sie flocken. Also jeder kennt das, wenn er irgendwie verdorbene Milch irgendwie in seinen Kaffee schüttet, wie das flockt. So sieht das dann auch, das ist halt auch etwas kleiner natürlich, wesentlich kleiner. Weißt du, was das für Stoffe sind, die das machen? Ja, ja, und zwar gibt es, wird bei denen zur Flockung, also das wird mit Chemikalien gemacht tatsächlich, und bei denen zur Flockung eingesetzten Chemikalien unterscheidet man zwischen sogenannten Flockungsmitteln und Flockungshilfsmitteln. Flockungsmittel, die werden im Übrigen auch als koagulant bezeichnet, die dienen vorwiegend der Destabilisierung des kolloidalen Zustands und der damit verbundenen Annäherung der Partikel. Also die einzelnen Partikel haben halt irgendwie so einen Grundzustand im relativ großen Abstand zueinander und man destabilisiert quasi diesen Zustand durch die Zugabe von sogenannten Koagulanten oder diesem Flockungsmittel. Dieser Prozess wird daher auch als Koagulation bezeichnet. Den kennt man auch aus anderen Bereichen der Biologie, wenn Blut verklumpt, das ist auch Koagulation. Genau, da kannte ich das auch. das gleiche ist. Und dabei werden insbesondere Verbindungen eingesetzt, die als Gegen-Ion oder Komplexbildner die Ladung der Partikel neutralisieren und zu deren abstoßendes Potenzial verringern. Das ist jetzt schon sehr Ah, okay. Und dabei werden insbesondere Eisen und Aluminiumsalze aber auch andere Hydroxidbildner eingesetzt. Und dabei ist die Einstellung des optimalen pH-Wertes von ganz entscheidender Bedeutung. Jetzt kommen wir zu einem kleinen Exkurs, weil es natürlich dieser pH-Wert ja etwas ist, was eigentlich schon jeder irgendwo irgendwann mal gelesen hat und sei es jetzt auf der Waschmaschine oder auf dem Geschirrspüler oder sonstigem und natürlich ist es auch für die Wassergewinnung von Bedeutung. Und ich sage jetzt mal auf das Thema pH-Wert und wie so Wasser quasi bei der Aufbereitung ankommen kann, in welchen Zuständen, sage ich jetzt einmal nur, dass der pH-Wert zwischen 7 und 7,5 eigentlich der ist, den man haben will. Alles andere ist entweder sauer oder süßes Wasser. Also basisch oder ich glaube kalisch ist das andere Wort, oder? Also alkalisch oder basisch ist quasi das Gleiche, ist quasi das Gegenteil von sauer. Genau. Es ist dann pH-Wert von mehr als 7 ist alkalisch und weniger als 7 ist sauer. Genau. Und der Begriff Wasserhärte, der beschreibt eigentlich, jetzt mal so ganz grob, so habe ich das jetzt behalten, so den Anteil von Calcium und Magnesium im Wasser. Genau. Und je mehr Calcium und Magnesium im Wasser ist, umso härter ist es. Und das will man eigentlich eben vermeiden, also nicht nur, weil es sich vielleicht, weil es nicht so lecker schmeckt, ich glaube, dass es jetzt weniger aus mit gesundheitlichen Dingen zu tun hat, sondern einfach mit Ablagerungen eben auch im Rohrsystem und in den Endverbrauchern, also in den technischen Gerätschaften, die man da versorgt mit Wasser. Ja, davon sind wir hier in Berlin sehr geplagt. Wir haben ein sehr hartes Wasser, quasi immer, wenn man eine Waschmaschine oder irgendwas hat, wo dann so eine Skala angegeben ist und man das an der Maschine einstellen muss, ist in Berlin immer der Maximalwert im Prinzip, den man da auswählt. Ich weiß nicht mehr, was da die Einheit ist und wie man das bestimmt genau, aber wir haben hier sehr hartes Wasser und ja, wir haben viel Kalkablagerung. Das ist dann von so Sachen in der Dusche, wo es dann einfach ästhetisch nicht so schön ist, bis hin zum Kaffee oder Tee, wo dann so Schlieren oben drauf sind, wenn man das macht, oder wenn man eben Rohrleitungen hat oder Dinge, die dann Kaffeemaschinen, die man sehr viel öfter entkalken muss als woanders und so. Also wir sind da sehr verwöhnt hier im eher ländlichen Raum und also selbst wir verwenden Wasserfilter für jetzt Wasserkocher, Tee und Kaffee, aber für so andere technische Gerätschaften brauchen wir jetzt kein Kalkrun oder sowas zu geben oder so. Ja, dann habe ich ja gesagt, dass zur Flockung eben nicht nur Flockungsmittel, also dass der Koagulant verwendet wird, sondern auch Flockungshilfsmittel und die wiederum dann beschleunigen die weitere Agglomeration der entstandenen Mikroflocken zu noch größeren Makroflocken. Also wir sind jetzt immer noch nicht in einem Bereich, wo ich sage, das kann man mal mit einem Maßband abmessen, aber von irgendwelchen Nanobereichen halt zum Mikro hin zum Makro sind schon Sprünge. Ja. Und dazu werden vor allem hochmolekulare Poly-Elektrolyte im allgemeinen Sprachgebrauch Polymere Flockungshilfsmittel verwendet. Okay. Also vorher hat man quasi irgendwelche Ionen, irgendwelche geladenen Teile und jetzt hat man quasi Polymere, das kennt man quasi, Öle sind keine Polymere, aber so Kunststoffe und sowas sind Polymere. Also Kopolymere auf der Basis von Acrylamid und die anionisch oder kationisch sein können steht da. Und diese beiden Prozesse. Acrylamid ist interessant. Das ist ja im Verruf, ne? Genau, das Monoacrylamid, also quasi wenn es kein Polymer ist, ist es extrem toxisch, aber wenn es ein Polymer ist, dann ist es super harmlos. Damit habe ich im Labor viel gearbeitet, weil man das braucht für so Proteingele, da benutzt man Acrylamid. Und da ist immer, wenn man es in der Flasche hat und das noch nicht Polymer ist, super gefährlich, aber wenn man es dann hinterher benutzt hat und dann wird es polymerisiert, dann ist es quasi, dann kann es in den Hausmüll entsorgt werden, weil es komplett in Ordnung ist und auch nicht mehr quasi durch die normale Prozesse zerbrochen werden kann. Siehst du, als Laie habe ich jetzt Acrylamid gelesen und habe mir gedacht, what? Was packen die da in mein Trinkwasser? Ne, aber gut zu wissen. Ja. Genau, also diese beiden Prozesse laufen parallel ab und genau und am Ende spielen natürlich auch die Mischbedingungen, Rührbedingungen und die Reifezeit eine wichtige Rolle für die Effizienz der Abscheidung. Und was wird dann dabei entfernt? Sind das dann schon so Mikroorganismen oder sind das erstmal nur irgendwelche Partikel, irgendwelche, keine Ahnung, kleinen mineralischen Partikel oder Eisen oder oder nehme ich an, ja. Das ist eine gute Frage. Also die groben Partikel. Das ist glaube ich am Anfang auch schon zur Sterilisierung. Da steht als Flockung oder oder Flockulation, das gibt es wieder viel hochtragen, was das eigentlich ist, bezeichnet man Verfahren, bei dem feinste suspendierte oder oder koloidale Feststoffpartikel kleiner ein Mikrometer in Wasser zu größeren Flocken vereint werden und sie dann durch Sedimentation oder Filtration besser aus dem Wasser abscheiden und entfernen zu können. Okay, also kann glaube ich auch schon Feststoffpartikel ist sehr weitreichend. Ja, schon Bakterien oder kleinste Algen oder sowas, was man im Wasser finden könnte, schon mit einschließen. Genau. Dann habe ich ja gesagt, dass das Wasser mitunter halt nach dieser Flockung, nach der ersten Reinigungsstufe mitunter halt desinfiziert wird und da gibt es halt verschiedene Desinfektionsverfahren. Einmal eben die klassische thermische Desinfektion, wo halt diese Zapfstellen nach mindestens drei Minuten mit 70 Grad betrieben werden müssen. Dann gibt es die klassische chemische Desinfektion, also eben mit Chlor oder Chlordioxid, Natrium- oder Calcium- Hypoklorid-Lösungen. seltener wegen des hohen Aufwandes auch mit Ozon und dabei ist die Dosierung von dieser Chlor-Gas-Lösungen oder der Zusatz von Natrium- oder dieser Calcium- Hypoklorid-Lösungen ist erlaubt, allerdings in extrem geringen Dosen. Das ist übrigens ein Bleiche, also das kennt man quasi, wenn man so Bleichmittel kauft für die Haushaltsreinigung, das ist Natrium- Hypoklorid. Okay. Es kann auch vor Ort, also Chlor kann halt vor Ort elektrolytisch hergestellt und dosiert werden und Ozon- und Ozon-Lösungen kann man ebenfalls vor Ort erzeugen und in geeigneter Menge zusetzen, aber nach Paragraph 6 unserer Trinkwasser- Verordnung darf man eben nur absolut minimalste Mengen an Desinfektionsmittel zusetzen. Ja, es ist halt so, es ist nicht so wie im Freibad oder so. Es gibt schon Gegenden, wo man glaube ich, wenn man es nicht gewohnt ist, das schmeckt vielleicht, aber es ist jetzt nicht so, als würde man ins Freibad oder ins Hallenbad gehen und diesen beißenden Chlor Geruch da, also das ist eigentlich für den Laien, also wenn das in so geringen Mengen zugesetzt wird, ist es eigentlich nicht herauszuschmecken und ich habe auch erfahren, dass dieser Chlor-Zusatz jetzt eigentlich gar nicht so sehr deswegen notwendig ist, um das Wasser als solches zu reinigen oder zu desinfizieren, sondern das wird durch die anderen Reinigungsverfahren schon so sauber gemacht, dass es eigentlich bedenkenlos trinkbar wäre, sondern da geht es eigentlich darum, dieses Wasser auch reinzuhalten auf dem Weg zum Verbraucher. Deswegen setzt man damit unter eben Chlor zu, weil ich kann mir vorstellen, dass die Leitungsnetze nicht in jedem Ort und in jeder Gegend einfach hypermodern sind und um da irgendwelchen Verunreinigungen vorzubeugen, setzt man das halt zu. Eventuell. Ja, und dann ist es ja auch glaube ich relativ flüchtig, das heißt, wenn man das aus dem Wasserhahn dann eben durch so einen Filter oder irgendwas laufen lässt, dann ist es meistens danach schon gar nicht mehr wahrnehmbar. also deswegen. Es gibt auch noch ein Desinfektionsverfahren, das ja eben je nach Quelle auch angewandt wird, das ist eben das Strahlen mit UVC-Strahlung bei 254 Nanometer, das sagt mir überhaupt nichts. Jedenfalls werden dadurch halt Bakterien inaktiviert, allerdings können da immer noch ein paar überleben, das ist jetzt nicht der ultimative Weg. Und was sich jetzt mir nicht erschlossen hat, ist der Satz, dass sich durch zur Verbesserung der Wirkung zusätzlich Ultraschall genutzt werden kann. Ja, das kenne ich auch aus dem Labor, weil man über Ultraschall hat, wenn ich dich mit im Podcast habe, solche Sachen weiß. Mit Ultraschall kann man quasi Zellen kaputt machen, weil man sozusagen im Prinzip sehr hochfrequente Stöße in das Wasser gibt und weil das Wasser sich nicht gut zusammendrücken lässt, entstehen dann, es ist dann zu kompliziert das genau zu erklären, aber es gibt dann im Prinzip so eine Schockwellen, die da durchgehen und wenn die dann auf so eine Membran von so einem Bakterium treffen, dann kann es halt einfach das zerreißen und dann ist es kaputt und tot und das hat quasi die UV-Strahlung und die Ultraschallbehandlung haben nichts direkt miteinander zu tun, aber wenn man quasi 99 Prozent mit dem UV-Strahlen tötet und dann nochmal 99 Prozent der Überlebenden mit Ultraschall tötet, dann hat man eben nur noch einen verschwindend geringen Teil, die da irgendwie das noch überleben. Aber ich glaube, beides ist halt relativ energieintensiv. Nicht so schlimm, glaube ich, wie einfach erhitzen auf 70 Grad, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich der Grund, warum man das auch nicht so super viel einsetzt. Ja, also ich kenne es hauptsächlich im Labormaßstab, dass man das eben und da auch nicht zur Reinigung, also ich habe damit Algenzellen absichtlich kaputt gemacht mit Ultraschall. Klingt nach Spaß. Es gibt noch ein Verfahren, das mit dem, also wird mit SODIs abgekürzt und zwar Solar Water Disinfection und das wird durch länger einwirkende UVA-Strahlung der Sonne zusammen mit der Wärme zu einfachen Wasserentkeimungen auf Haushaltsebene vor allen Dingen in Entwicklungsländern genutzt. Das ist jetzt nicht so ein Verfahren, das man jetzt bei uns in den handelsüblichen Wasserwerken wiederfindet, aber das kannst du dir ja vorstellen, dass es irgendwie eine große schwarze Fläche aufs Dach klatscht und das Wasser da durchleitest. Ja, die UV-Strahlen einfängst und das Wasser ein bisschen zumindest entkeimst. Ja, muss man aber immer quasi dann den, wie sagt man, Trade-off machen zwischen, dass man, wenn man Sonnenlicht nutzt, dann hat man ja auch immer gerne, dass man damit Algen fördert, die im Wasser drin sein könnten, die halt bei reiner UV-Strahlung auch kaputt gehen, aber eben im Sonnenlicht und dann auch mit der UV-A-Strahlung, die ja nicht energieintensiv ist. Also ich kenne das so, dass unser Wasserfilter, wenn der in der Sonne steht im Sommer, dann wird der mal irgendwann grün, weil irgendwelche winzigen Algenspuren da drin sich dann vermehren und dann reicht quasi die Sonnenstrahlung nicht, um das kaputt zu machen, sondern eher im Gegenteil fördert das Ganze noch. Ich glaube, wenn du in einem Land wohnst, wo die Desinfektion durch so ein System eine Option ist, dann ist das, glaube ich, das geringere Übel. Auf jeden Fall. Ja, ja. Ich meine es eher, dass Leute jetzt nicht denken, ich kann jetzt mein Wasser sauberer machen, indem ich das erstmal durch eine Glasplatte im Sonnenlicht laufen lasse. Unter Umständen, also erstens ist das Wasser hier bei uns eh gut genug, aber unter Umständen fängt man sich damit eher was ein, als dass man das löst, wenn man nicht genau weiß, was man tut. Das ist im Prinzip, aber das ist ja fast immer, wenn man nicht weiß, was man tut, lieber Vorsicht. Sowieso, in allen Lebensbereichen gilt das. Ja. Dann kommen wir noch zu einem Verfahren, und zwar zur sogenannten Membrantechnik, also das gehört jetzt zum Thema Ultrafiltration, und da werden eben jetzt auch zunehmend Membrane zur Entfernung von Mikroorganismen benutzt, und da lassen sich halt bei einer Porengröße von 0,2 Mikrometern oder kleiner Bakterien und teilweise sogar Viren rausfiltern. Und ja, so Ultrafiltrationsanlagen mit einer Trenngrenze von 0,02 Mikrometern sowie einer integrierten täglichen Prüfung der Membran auf Defekte sind in den Vereinigten Staaten von Amerika zugelassen, bei uns auch. Das ist ein bisschen veraltete Information, weil ich habe eine Dokumentation gesehen, wo es auch in Deutschland gebaut wurde, aber auch gesehen, dass es relativ aufwendig ist, weil du das immer wieder spülen musst. Wie ich schon sagte, die legen sich ja zu, diese Poren, was halt immer wieder dafür sorgen, dass du es reinigst. Das sind so Zyklen, in die so ein Filter durchläuft, damit der lange halt betriebsfähig bleibt und du nicht komplett tauschen musst. Es ist nicht so, dass man da einfach ein Sieb rausnimmt und ein neues reinbaut, weil die sind auch teuer und aufwendig zu fertigen. Ja, man muss sich auch immer vorstellen, dass wenn man so ein feines Sieb hat oder einen Filter oder eine Membran zum Schluss, dass halt einfach auch der Durchfluss immer reduziert wird, selbst wenn er noch nicht zugesetzt ist, kannst du einfach, wenn du viele tausend Kubikmeter Wasser am Tag bewegen willst, dann brauchst du entweder sehr, sehr große Filterflächen, um das zu machen oder du setzt eben auf andere Systeme, wo du keine Filter brauchst, weil du halt quasi immer wieder das sozusagen ausbremst und damit weniger Wasserdurchsatz hast. Auch das wieder im Labor, das ist auch üblich, wenn das wir so, das habe ich dann mit der Spritze gemacht, irgendwelche Nährlösungen oder irgendwas, was man herstellt, wo man später was mit wachsen lassen will, die müssen halt erstmal steril sein und man kann die nicht immer quasi einfach abkochen, weil dann das kaputt geht, was man da reingemacht hat, also habe ich die von Hand durch so Filter durchgedrückt und dann merkt man sehr schnell, wie langsam das halt geht und wie schnell so ein Filter zugesetzt ist, dass du dann halt echt viel Kraft brauchst, um da durchzukommen. Also deswegen glaube ich, wahrscheinlich wird das nicht, also nutzt man das immer nur dann, wenn es wirklich die einzige Möglichkeit ist, die man in dem Fall hat, wenn man nicht irgendwie anders das Zeug loswerden kann. Ich empfehle an der Stelle eine Dokumentation oder ein Video auf YouTube, das ich mir angeguckt habe, wenn es, da wird der Bau eines ultramodernen Wasserwerkes begleitet und auch die Funktionsweise einer Ultrafiltration sehr anschaulich dargestellt, am Beispiel des Wasserwerks Eichert in Sachsen in Aue. Habe ich verlinkt in den Show Notes, fand ich ziemlich interessant. Ich muss dazu sagen, kleiner Einwurf, YouTube ist jetzt nicht unbedingt so, also normalerweise findet man zu allem möglichen Zeugs halt irgendwelche Lehrvideos, also zumindest ging es mir so bei den Recherchen zu vergangenen Themen, was das Thema Wasseraufbereitung betrifft, ist es auffällig oft eine Werbeveranstaltung, wo halt irgendwelche Hersteller von irgendwelchen Filtern Lehrvideos in Anführungszeichen halt anbieten, die zwar schon so einen gewissen Informationsgehalt haben, aber letztendlich halt auf den Verkauf ihres Produktes abziehen. Und da bin ich über erstaunlich viel gestolpert. Ja, und deswegen ist jetzt das hier, das ich jetzt verlinkt habe, eigentlich sticht da angenehm hervor, weil das halt so eine kleine Doku ist jetzt, die ich sehr anschaulich fand. Aber sonst habe ich da also videotechnisch echt nicht viel gefunden. Das war ich echt erstaunt. Wasser ist ja auch so ein Thema, was so eine gewisse Esoterik anzieht. Es gibt ja nicht nur quasi technische Verfahren zur Wasseraufbereitung, sondern eben dann auch noch so spirituelle Hokus-Pokus-Verfahren, die noch dazukommen. Und auch der Übergang ist halt auch oft fließend. Ich habe das gemerkt, eben als ich recherchiert habe, da wir eben so hartes Wasser haben, wollen wir zum Schutz unserer Rohrleitungen und Maschinen wollen wir so eine Wasserentkalkungsanlage bei uns in den Keller stellen, um eben die Wasserhärte hier zu reduzieren. Ich kann mir vorstellen, was jetzt kommt. Ja, es ist einfach, wenn man dann anfängt zu suchen und dann auch mal, selbst wenn man in Fachgeschäfte geht oder sowas, dann liegt dann halt die Broschüre von so einem Ionentauscher neben irgendwas, wo dann steht, dass das Wasser verwirbelt wird oder über Kristalle verliebt und energetisiert wird und so. Und das ist halt echt schwierig manchmal, da die Spreu vom Weizen zu trennen, dass man eben was hat, weil es ist ja physikalisch schon etwas, was ein Faktor ist, hartes Wasser, aber gleichzeitig ist es halt energetisiertes und vitales Wasser und belebendes Wasser und lauter so Begriffe sind dann da immer mit drin und dann muss man immer aufpassen, dass man sich nicht nebenbei dann doch irgendwie noch so eine Esoterikanlage da mit reinhängt, obwohl man eigentlich nur die Kalkflecken in der Dusche loswerden will. Über das Lachen, ich glaube einer von zwei oder drei Kommentaren unter dieser Doku, die ich da verlinke, ist gleich, man geht gleich in diese Richtung von wegen, was ihr da macht, ist quasi, ihr tötet das Wasser. also als es um diese Ultrafiltration geht, ihr tötet das Wasser und entfernt quasi sämtliches Leben und der ganze Informationsgehalt ist beim Teufel und sowas. Das ist aber genau, wir wollen das Leben entfernen, wir wollen kein Leben Wasser. Ich glaube, mich hat es schon in den Fingern gejuckt zu kommentieren, aber dann dachte ich mir, nee, nee, downfeed the trolls und lass das lieber. Da gibt es ja auch einen Trend in den USA, quasi Oberflächenwasser komplett ungefiltert zu trinken. Ich weiß gar nicht, ich habe schon vergessen, wie das heißt, aber es geht dann quasi auch darum, dass es beliebtes Wasser ist, was du daran merkst, dass wenn du das einen Moment stehen lässt, also eine Woche stehen lässt, dass es dann eben da drin was wächst. Das ist ein Zeichen dafür, dass es noch voller Energie ist, aber es ist halt einfach ungefiltertes, dreckiges Oberflächenwasser und da gab es Fälle von Leuten, die damit wirklich schwer krank geworden sind, weil sie sich halt irgendwelche Keime eingefangen haben, weil sie aus so einem langsam fließenden Bach einfach sich ihr Trinkwasser geholt haben. Ja, zu dem Thema habe ich noch ein Abschlusswort, aber gut, will ich noch weiter vorgreifen. Ja, wir sind noch beim Thema Ultrafiltration beziehungsweise das sind wir eigentlich so ziemlich durch. Tja, langfristig vollständige Entfernung von Bakterien und Parasiten kannst du damit gewährleisten, aber wie gesagt, es ist relativ aufwendig, es ist nicht so, dass man da einfach mal so ein Sieb dazwischen hängt, dass man halt alle paar Tage auswechselt, sondern es ist ein sehr kurzer Zyklus, irgendwie 15 Minuten oder so, wo man das durchspülen kann, wo man dann die Richtung wechseln muss und die Membrane wieder freispülen muss und auch das Wasser, das du zum Ausspülen verwendest, darfst du natürlich jetzt in so ein anderer Kreislauf, also das ist relativ aufwendig, belassen wir es mal dabei, aber ihr könnt es euch vorstellen. Dann habe ich ja das Thema Wasserhärte angesprochen und da gibt es halt noch zwei Teilbereiche der Wasseraufbereitung, die nicht unerwähnt bleiben dürfen und zwar ist es zum einen die Entkarbonisierung und die Entsäuerung und zwar beides quasi, um den pH-Wert auf den optimalen Wert einzustellen und zwar wenn er zu hoch ist, dann entkarbonisiert man und wenn er zu niedrig ist, ne Quatsch, wenn er zu niedrig ist, wenn es zu hart ist das Wasser, dann entkarbonisiert man und wenn es zu weich ist, dann entsäuert man. Oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Durch die Dosierung von Salz und Schwefelsäure wird die Karbonathärte in permanente Härte umgewandelt, also das ist diese Entkarbonisierung und der Vorteil ist dieser geringe apparative Aufwand. Das heißt, man lässt halt da einfach so ein Kessel Karbonat und lässt das Wasser da durchlaufen und reichert das Wasser halt an. Genau, dann gibt es noch eine Kalkkarbonisierung mit Kalkmilch, wo das, wo dem Wasser zudosiert wird und bei der Entsäuerung, also bei den gegenteiligen Verfahren wird, ist die Verminderung der Konzentration des im Wasser gelösten Kohlenstoffdioxid durch Ausgasen oder Reaktionen mit basischen Stoffen eben das Ziel, was eben mit einem Anstieg des pH-Wertes im Wasser verbunden ist. Das ist dann quasi die Kohlensäure, quasi natürliche Kohlensäure im Wasser, die man loswerden will. Genau, weil das die Leitungen angreift. Ja. Weil es auch nett wäre, wenn man einfach Sprudelwasser aus dem Hahn hätte. Also wir halten jetzt fest, dass wir sind jetzt eigentlich schon ziemlich am Ende. Jetzt ist das Wasser sauber. Wir haben noch einiges an Aufwand betrieben. Wir haben es gesiebt, wir haben es geflockt, wir haben es einer Koagulation und einer Agglomeration unterworfen, unser armes Rohwasser. Wir haben es desinfiziert, sei es thermisch oder chemisch oder durch UV-Strahlen, Chlor beigesetzt oder dergleichen. Wir haben es eventuell durch Membrane gedrückt, durch eine Ultrafiltration. Wir haben es entkarbonisiert oder entsäuert. Und am Ende haben wir halt dann unser Trinkwasser, das da hinten bei rumkommt. Und dann kommt halt das, was ich jetzt auch nicht großartig behandeln möchte, das ist halt dann die Verteilung dieses Brauch- oder Trinkwassers, was halt dann über ein Wasserverteilungssystem funktioniert, was halt Einrichtungen zum Speichern, zur Drucksteigerung, Verteilung, Mengenmessung und Entnahme beinhaltet. Und das ist halt, klingt jetzt deutlich trivialer, als es aus, als es tatsächlich ist. Also ich habe da auch Videos gesehen und Schaubilder und so eine Verteilerstation der Wasserwerke, die halt überwachen, also den Wasserverbrauch ständig im Blick haben, aufpassen müssen, dass der Druck da ist, Verbrauchsspitzen abfangen müssen. Das ist ein hochtechnisches, unglaublich komplexes Gewirr an Leitungen und technischen Gerätschaften, die man da überwachen und steuern muss, um die, rein die Verteilung des Wassers zu gewährleisten. Da geht es gar nicht um die Verteilung, sondern geht es dann schon um die Verteilung. Ja. Ja, das ist so der Bereich, ich habe ja an einer technischen Uni studiert und das dann so die Verfahrenstechniker, die dann mit diesen großen Maschinen hantiert haben oder zumindest erst mal nur theoretisch damit hantiert haben. Da habe ich mich immer bewusst fernvon gehalten, weil das ist sehr komplex und viel Mathe. Man sieht halt viel Schalltafeln und Grafiken, also so Monitore, wo halt so, wie sagt man, vereinfacht dargestellte, schematische Darstellungen des Wassernetzwerkes und Durchflussgeschwindigkeiten, Druck und weiß der Geier was. In dem Zusammenhang habe ich übrigens gelernt, dass man Wasserrohrbrüche mit Schall misst, also dass man das hören kann, wo ein Wasserrohrbruch, ich war auch immer erstaunt, wie man denn bitteschön irgendwo in einer Straße, in einem Straßenabschnitt, wo ein Wasserrohrbruch vermutet wird, das kann man dann noch über die Schaltstellen tatsächlich feststellen. Also die sehen halt, wo der Druckabfall ungefähr sein muss und dann können die das ablatschen und können das hören. Okay. Das wird natürlich hochsensible Verfahren und die können das halt dann so genau bestimmen, dass sie an der richtigen Stelle graben. Es ist jetzt nicht so, dass da jemand mit dem Stethoskop auf dem Boden rumkriecht oder mit so einem Hörrohr, aber im Grunde ist es ein akustisches Verfahren und den Wasseraustritt quasi hört. Noch abschließend zum Thema Versorgung. Das wurde systematisch organisiert, wurde das eben in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eben mit Wassertürmen und an diesen angeschlossenen Leitungen. Das hatten wir ja schon hier so 18, was war es, 48, 47 in Hamburg, wo man dann halt angefangen hat, die Bevölkerung mit der ausreichenden Wassermenge und dem erforderlichen Druck zu versorgen. Und apropos Druck, das darf man im Übrigen auch nicht vernachlässigen, ist natürlich schon klar, dass es deutlich weniger aufwendig ist, ein Wasser mit dem notwendigen Druck in ein Einfamilienhaus zu bringen oder in ein, was weiß ich, 20-stöckiges Hochhaus. Dann muss man mitunter halt auch in der Hausverteilung Druck aufbauen, damit auch oben im obersten Stockwerk noch überhaupt was ankommt. Man kennt das ja zum Beispiel, wenn man in einem Hotel ist und hat irgendwie das letzte Zimmer hinten links im obersten Stock und dreht da das Wasser auf, wie lange es dauert, bis mal da warm Wasser ankommt. Ja, und dann tröpfelt es nur so oder man will duschen und da ist kein Druck mehr dahinter und man hat das Gefühl, man wird gar nicht richtig nass. das ist einfach nur der Druck, der halt permanent aufricht. Und vor allen Dingen das, was man glaube ich auch ein bisschen unterschätzt ist, man muss diesen Druck ja für alle Eventualitäten bereitstellen. Das heißt eben, du möchtest den richtigen Wasserdruck haben, wenn du der einzige bist, der den Wasserhahn auftritt. Du möchtest aber auch den richtigen Druck haben, wenn du einer von 20 bist, der den Wasserhahn auftritt. Und ich glaube, im Kleinen sieht man das ja auch schon, wenn man zum Beispiel sowas wie ein Doppelwaschbecken hat und der Partner dreht gleichzeitig den Wasserhahn auf und man merkt halt, das Wasser wird kurz kälter, weil der Warmwasserdruck geringer wird. Dann ist das halt im Kleinen das, was halt im Riesengroßen passiert, wenn, was weiß ich, zwei Haushalte Wasser verbrauchen gleichzeitig oder vielleicht hundert oder tausend oder tausende. Ja, wie halt die Geschichten, wenn da ein Fußball-WM ist und alle gehen zur Halbzeit auf Klo und es dann einfach so eine sichtbare Lastspitze gibt zum einen Zeitpunkt, weil du halt in einem Zeitfenster von 15 Minuten halt viele hunderttausend Leute hast, die halt auf Klo gehen. Da kann man sich auch, also in dem Bericht, den ich da gesehen habe, da kann man sich tatsächlich auch tagesbezogen, konnte man sich da so Grafen angucken, wo halt dann so Ausreißer waren morgens halt zum Duschen und dann halt wieder abends man genau gemerkt hat, wo der Wasserverbrauch dann ansteigt und ich glaube, dass man über die Jahre hinweg da ganz interessante Statistiken führen kann und ich bin ja eh ein ganz großer Freund von Statistiken. Ja, das war es eigentlich schon über eine Stunde hoppla zum Thema Wasseraufbereitung, zum Thema wie funktioniert ein Wasserwerk und ich wollte eigentlich abschließend noch eines sagen, weil du vorhin gemeint hast, dass es ja so einen Trend gibt, dass die Leute wieder so dieses ungefilterte Wasser trinken. Ich sage mal so prinzipiell, wenn du jetzt irgendwo in die Berge gehst und irgendwo so ein hübsches Bächlein plätschern siehst und da deine Hand drunter hältst und dieses Wasser trinkst, wirst du sicher nicht sterben, sondern du wirst es wahrscheinlich als sehr, eher als Genuss empfinden und alles sehr positiv wahrnehmen, wenn du halt da aus der reinen Natur dir so einen Schluck Wasser gönnst. Und was man sich immer mal so ein bisschen vergegenwärtigen muss, ist, dass das genau das Wasser ist, das jetzt noch diesen enormen Aufbereitungsprozess durchläuft, bis es bei uns dann tatsächlich aus dem Wasser ankommt. Ja. Ja, also dass diese, dass das eigentlich, dass man denkt, man trinkt jetzt sauberes Wasser, klares Quellwasser, das Beste, was die Natur so zu bieten hat und dann kommt halt der Mensch und sagt, ja, Moment mal, hier Trinkwasservorordnung, Paragraf sowieso, hold my beer, lass mich das Wasser mal angucken und dann halt einen Aufbereitungs- und Filtrationsprozess hinten dran hängt, um eben sicherzustellen, dass das wirklich absolut unschädlich ist. Und man darf ja auch nicht vergessen, es trinken ja nicht immer nur wirklich kerngesunde, mit bestem Immunsystem ausgestattete Menschen mittleren Kleinkinder, Babys und du musst natürlich ja, die maximale Sicherheit auf Deutsch gewährleisten, wenn es um das Thema Trinkwasser geht und da versteht der Deutsche halt keinen Spaß. Ja, und man hat natürlich auch einen viel längeren Zeitraum, dass das Wasser quasi unterwegs ist, wenn man das an der Quelle zapft und gleich trinkt, dann sind da vielleicht ein paar Mikroorganismen drin oder sowas, aber wenn man das dann eben nur einen Tag oder ein bisschen länger noch verlängert den Zeitraum, den das Wasser quasi einfach steht, bevor das konsumiert wird, dann können sich das dann halt gleich irgendwie vertausendfachen oder vermillionenfachen oder mehr, was man da an Mikroorganismen drin hat, das heißt also, wenn das dann irgendwo in so einer Hausleitung steht einen Tag, weil gerade niemand Wasser zieht, dann ist es halt super wichtig, dass es dann richtig sauber ist. Das ist auch der Einzelpunkt, was ich über die Wasseraufbereitung weiß aus der Mikrobiologie, da wurde nämlich immer wieder betont, dass die Vorschriften für Leitungswasser, was mikrobiologische Anforderungen angeht, sehr viel strenger sind und ich glaube um den Faktor 100 strenger sind als die von Wasser in Flaschen. Das heißt also, in Wasser aus der Leitung darf man noch 100 mal weniger Mikroorganismen finden als in Flaschenwasser. Das heißt, allein aus mikrobiologischer Sicht ist Leitungswasser immer sauberer oder höchstwahrscheinlich sauberer, wenn man nicht gerade eine sehr schlechte Hausleitung hat, als wenn man jetzt teures Wasser in Plastikflaschen kauft oder so. Zumindest, was die Grenzwerte angeht. Natürlich kann auch ein Flaschenwasserhersteller die strengen Werte einhalten, die für das Leitungswasser gelten, aber warum sollten sie, wenn sie nicht müssen? Ich meine, das ist ja sowieso so eine Glaubensfrage, will ich jetzt nicht sagen, aber ob man jetzt Leitungswasser trinkt oder nicht oder ob man sich jetzt die Mühe machen sollte, quasi in den Supermarkt zu gehen und irgendwie Kisten kiloweise Wasser zu schleppen und ich meine, wir für unseren Teil haben halt irgendwann mal die Entscheidung getroffen und auch aufgrund der enorm guten Trinkwasserqualität hier, dass das halt vollkommen irrsinnig wäre, gerade auch Plastikflaschen oder sowas zu schleppen und die Trinkwasserqualität so hoch ist, dass Leitungswasser einfach das Beste ist, was man hier trinken kann, aber mir ist natürlich schon bewusst, dass das halt nicht in allen Gegenden auch schon, ich glaube, dass es, ich wage jetzt einfach mal zu behaupten, dass es in jedem Falle so inhaltlich quasi unbedenklich ist, Trinkwasser zu trinken, konsumieren, egal wo du bist, aber ich wage mal zu behaupten, dass es durchaus geschmackliche Unterschiede gibt und ja, Trinkwasser in manchen Gegenden und Städten vielleicht auch nicht schmeckt. Ja, ich meine, es ist ja schon in quasi sehr warmen Gebieten, gerade auch so in Mittelmeerregionen oder sowas, wo es schon mal Warnungen gibt, wo man sagt, trinkt man nicht hier aus der Leitung, einfach aufgrund der höheren Temperaturen überall, dass man sich dort eher dann irgendwas einfängt, was dann vielleicht nicht mal in dem aufbereiteten Wasser vom Wasserwerk drin ist, aber irgendwo dann auf der Leitungsstrecke sozusagen mal zu warm wird, mal nicht vernünftig abgeschlossen ist gegenüber der Umwelt oder so. Deswegen, dieser Grenzwert ist natürlich in Deutschland vor allem dieser Unterschied zwischen dem Grenzwert für Wasser in Flaschen und dem Grenzwert für Wasser aus der Leitung. Und das heißt jetzt auch nicht, dass Flaschenwasser komplett verkeimt ist, aber manchmal gibt es ja so Leute, die sagen so, ja, ich trinke nur meinen Evian aus der Flasche, weil ich will nur das reinste Wasser trinken. Dann kann man sagen, naja, wahrscheinlich, wenn man das mal richtig analysiert, ist dein Wasser aus der Flasche weniger rein, als das, was einfach aus der Leitung kommt. Wenn man nicht gerade irgendwie in einem Haus mit Bleileitungen oder uralten Leitungen lebt. Ja, also ich muss sagen, ich war immer schon ein großer Fan von Leitungswasser und mein Glaube in unser deutsches Leitungswasser hat sich durch meine Recherchen nur bestärkt. Ja, ich bin auch Leitungswasser. trauen in unsere Wasserversorgung. Ja, ja. Gut, gut, das war, das war sehr interessant. Ich erinnere mich, ich habe nämlich damals einen Schulausflug gehabt in so ein Wasserwerk und jetzt, wo du es erzählt hast, sind mir ein paar Sachen wieder vor das Auge gekommen, gerade auch mit der Flockung. Ich erinnere mich, dass sie uns so Becken gezeigt haben, wo halt so grobe Flocken in dem Wasser waren, die langsam sich abgesetzt haben. Das wird wahrscheinlich dieser Flockungsstück gewesen sein. Ich weiß, dass es so einen Turm gab, wo das Wasser über so in die Luft quasi gespritzt wurde. Es wurde so quasi durch die Luft gepumpt und das war dann wahrscheinlich so ein Belüftungsschritt und so haben auch noch, es gab noch da so alte Katakomben, wo früher, das waren quasi nicht mehr in Betrieb, aber früher waren die quasi, waren das, ich weiß nicht, die waren bestimmt vier oder zehn Meter hoch oder so, aber dann gefüllt mit Sand, dass oben gerade man oben noch laufen konnte und dann wurde früher das Wasser da einfach durchfiltriert durch so eine riesige Sandschicht. Das macht man natürlich dann heute nicht mehr oder so. Das ist jetzt mir quasi wieder eingefallen bei den Erzählungen. Man stellt halt fest, dass es halt, dass man sich, glaube ich, mit fast jedem Schritt dieser Wasseraufbereitung kann man sich überseiten, vor allem diese ganzen chemischen Prozesse, da liest man dann schnell irgendwelche chemischen Formeln und das führt dann auch zu weit an der Sternsuche für meinen Geschmack. Ja, auch für meinen. Deswegen haben wir jetzt ja auch wirklich nur nicht das Oberflächenwasser, aber die Oberfläche quasi gestreift dieses ganzen Prozesses und ja, ich hoffe trotzdem, dass es ein einigermaßen interessanter Exkurs war. Und wenn die Zeiten mal wieder ein bisschen entspannter sind, lohnt es sich vielleicht auch mal ins lokale Wasserwerk zu gehen und dort mal eine Führung mitzumachen, weil ich glaube, es ist ja ein Ort möglich, dass man mal dann vor Ort sieht, wie dann diese Großanlagen aussehen, die all diese Schritte durchführen. Ja, ich kenne jemanden, der jemanden kennt, was zurzeit schwierig ist, aber wenn es mal wieder geht, so eine Privat-Tour da mal ermöglichen könnte. Ja. Nun gut. Sehr schön. Dann. Bist du gespannt? Das war ja ein Thema, was ich dir vorgeschlagen habe, das heißt, jetzt hast du was für mich. Ja, ich muss zugeben, wir hatten schon ein kleines Vorgespräch, ob wir in eine Richtung gehen sollen, die, sag ich jetzt mal, mit dem aktuellen Geschehnissen so am Rande zu tun hat und wir haben uns darauf geeinigt, dass es kein Problem sei. Ich weiß nicht, ob das hinterher dann bereust du, ich weiß nicht. Frage dich jetzt auch. Nein, die Frage, die ich dir stellen möchte, weil es in aller Munde ist, ist, wie funktioniert eine Impfung? Okay. Ja. Und was mich da halt interessieren würde, ich meine, klar, Immunisierung irgendwo, aber es geht ja wahrscheinlich doch deutlich, wie so oft, wenn man sich ins Detail begibt, ist das noch viel weitreichender und ich glaube, dass es auch geschichtlich ganz interessant sein dürfte, wenn man sich damit auseinandersetzt, was da so, wie so die Anfänge waren oder so. Ich habe keine Ahnung, wie ist das? Also ich weiß halt das wahrscheinlich, was die meisten wissen über Impfungen, aber ja, das glaube ich, würde mich, also mich würde es interessieren und ich denke, hoffe, unsere HörerInnen auch. Ja. ich bin, ja, ich habe schon, es geht schon bei mir im Kopf los. Ja, ich sehe es schon. Ich finde das super. Impfung finde ich, finde ich sehr spannend. Das hat nämlich viele, viele Aspekte und das ist ja nicht nur jetzt gerade aktuell, sondern es ist ja immer wieder aktuell, wenn man, vor allem, wenn man auch ein Kleinkind hat. Genau, Kleinkind hat, wenn man mit Leuten redet, hier gerade bei uns in der Stadt gibt es die berühmten Prenzlauer Berg-Eltern, die dann Impfung eher ablehnen und dann Kitas, wo dann man bei der Besichtigung wirklich nachfragen muss, so wie ist es denn hier mit dem Impfen, wie haltet ihr denn mit dem Impfen und dann gibt es manche Kitas, die sind dann sehr ausweichend und manche Kitas, die sind dann sehr direkt und sagen, nee, hier sind die Kinder geimpft und das sind dann die Kitas, zu denen man gerne geht. Also spannendes Thema, freue ich mich drauf. Ja, klar, im Grunde weiß jeder, warum man impft, also zumindest die mit einigermaßen gesunden Menschenverstand, aber wie das genau funktioniert und wie man überhaupt auf die Idee kommt, sowas zu tun, das ist, glaube ich, stelle ich mir spannend vor. Ja, auf jeden Fall. Und wenn ich das jetzt nicht an dich abgeben würde, dann würde ich das selber recherchieren. Aber das überlasse ich dir jetzt mal dir. Ja, sehr schön. Na gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu einem Ende. Genau. Wer uns Rückmeldungen geben oder uns unterstützen möchte, der kann natürlich wie immer seinen Freunden von uns erzählen. Uns auf Twitter, Facebook, YouTube oder auf Instagram folgen. Diese oder jede andere Episode kommentieren, also auch korrigieren, falls ich irgendwie Quark erzählt habe oder auch ergänzen. uns immer gerne eine Nachricht schreiben, zum Beispiel auch mit Themenwünschen. Wenn ihr Themen habt, die wir gerne erzählen sollen, dann könnt ihr uns die schicken. Denkt daran, immer der Person das Thema zu schicken, die das nicht erklären soll, denn die Person muss ja das Thema dann die jeweils anderen vorschlagen. Das heißt, wenn ihr wollt, dass ich was erzähle, dann schickt ihr bitte dem Marco eine Nachricht mit dem Thema und umgekehrt natürlich. Genau. Ihr könnt, um unsere Sichtbarkeit zu erhöhen, uns auf Apple Podcasts oder panoptikum.io bewerten. Uns via Flatter unterstützen oder uns auch anderweitig eine Sache oder Geldspende zukommen lassen. Und alle Links und Hinweise dazu findet ihr in den Shownotes dieser und aller anderen Episoden im Podcast Client eures Vertrauens und natürlich auf aha.exklamatio.de Jo. Wer hätte gedacht, dass man über eine Stunde über Wasseraufbereitung sprechen kann. Und vor allem noch sehr viel mehr, wie du mehrmals angedeutet hast, dass das Thema sehr tief eingehen kann. Das ist irre. Sehr spannend. Wie gesagt, es gibt einen Haufen Links in den Shownotes, da könnt ihr euch nochmal noch detaillierter einlesen. Ansonsten wünschen wir euch alles Gute da draußen. Bleibt gesund. Bleibt uns erhalten. Passt auf euch auf. Bleibt neugierig. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020